So, hi Leute und willkommen zurück zu Dust in Elysian Tale. Hier ist wieder der Balas und wir reden mal mit Bopo. Okay, wird erledigt. So, schauen wir mal rein, zu Papa. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Natürlich helfen wir euch. Hi, Big Mama. Okay, kriegst du uns was mit dem Löffel? Ich hoffe doch nicht. Hey, wer bist du denn? Und es kann talk. Okay. Smobob, hm. Smobob. Smobob, ich entschuldige, aber sobald sie sich als eine, Fidget ist nicht ein Zeug. Hey! Oh, ich will sie, sie spricht! Ich werde dich verraten. Schau, ich habe diese Boxe. Hey, Dost, schau, das muss ich Reeds' Box sein. Hmm, ich sage dir was, die nächste Zeit, wenn ich auf die Grunde gehe, ich will, ob ich ein Verwendungsmögliche finden kann. Dann werden wir verraten. Puh, gute Idee, Dost. Du weißt, das Shop in Aurora hat ein paar Dinge. Vielleicht könnte der Shopkeeper etwas für uns herausfinden? Ja, vielleicht kann er uns eine Art Fidget-Doll für sie machen. Nachher ist sie viel zu jung, um ein Pett wie du. Ich bin ein Pett. Ja, viel zu viel Verantwortung für... Hey! Fidget einfach als Tier zu bezeichnen. Hm, komme ich da wieder hoch? Ich glaube nicht, gehen wir erst mal hier rüber. Okay. Da haben wir einen Schlüssel gefunden. Das ist voll mit geheimen Verstecken hier. Nicht mit mir, ich finde alles. Hey, alter Mann! Ah, er ist gut. Da sind wir in der Local Gossipbrite? Du und dein Flying Mongoose und deine Mongoose sind zu retten? Was ist ein Mongoose? Quiet, Fidget. Und ja, du hast es richtig gehört. Ist das die Weg zu der Lady's Chamber? He 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 But I don't think you will go through this hole in the wall We had to close up the passage recently to keep those crazed nematodes from coming out and attacking the village What the heck is a nematode? Anyway seems to me the only way you are getting through is by sliding I would kick you through myself but you know I got these fat little legs and they hardly keep me vertical Haha Oh. Oh. Das ist klar. Der Hidden Steak. So, was haben wir hier? Weißgen, da ist Mutti. Wie kommst du da drauf? Du hast sofort erkannt. Der Endless Endless Gloom. Das Endless. Forever. Oh. 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 Schauen wir mal. Blabla. Ring des Lichts. Ein unauffälliger Ring, der im Dunkeln leuchtet. Achso den haben wir ja schon ausgerüstet. Okay. Ja, komm, dann nehmen wir den, so. Da kommen wir nicht durch. Hey, Alter, was geht, Gappy? Oh, hey, Level Up. Ähm, Charakter. So, wir müssen Verteidigung und Gesundheit erhöhen. Nehmen wir als erstes. Ja, Gesundheit. Mehr Gesundheit ist immer gut. So, das nächste ist dann nochmal Verteidigung. Da können wir wieder Angst haben. More Power. Oh, da ist eins von den Schafen. Okay, und hier ist irgendwo ein Schatz. Hey, da war was. Ich hab's genau gesehen. Konstruiniert von mir, Verstecker. Niemand wird mir jemals liebend entkommen. Ja, klar. Ja, ich wünsch jetzt fehlt auch ein bisschen die Logik da draus. Okay. Schauen wir, was haben wir hier drüben? Bin ich wieder an der Oberfläche? Schauen wir, wo mich der Weg hier entführt. Ach. Ach. Das ist ja geil. Das ist ja total geil. So, willkommen. Ich bin wieder in der Oberfläche. Moin, Jungs. Ich hab die unterirdische Höhle erforscht. Aber wie geht's dir, mein Freund? Go for- Go! Just leave me alone! Let me agonize in peace! Let me agonize in peace! Okay. Ja, das hat er davon. So, Handler, Handler, ich muss zum Handler. Am besten, bevor ich Schaden kriege, weil ich so viel rum würde. So, hier ist der Händler. Krass, du Kinderspielzeuge. Was brauchst du denn? Ich sehe, mit einigen Fakten, Fakten und Dye, ich bin sicher, dass ich eine wunderbare Nimbab-Doll für dich mache. Ich muss sagen, Dust, ich fühle mich ein bisschen unnäßig über diese ganze Sache. Was fühle mich unnäßig über Fidget? Du bist sehr süß. Ich denke, ich könnte ihn machen, eine andere Fidget-Doll, die ich einfach aufhören kann. Forever. Forever. Ich weiß nicht mehr. Ah, excellent. Du hast alle die Materialien. Ich sehe, dass ich die Dolle machen würde? Oh. Wunderschöne. Jetzt, wenn du dein Kumpanier einfach auf diese Fäbrik schlägt? Hey, du hast mich nicht schlägt. Oh. Ich brauche ein bisschen wie ein Zeichen. Wir sehen uns nicht viele Nimbab-Dolls hierher. Hier, gib mir eine Pappe. Ich versuche es mir selbst. Okay. Da, 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 fertig. Verste, wie gut ich habe alle Nuancen geholfen? Ohhhh... Ja, du kannst auch das auch benutzen. Es ist perfekt. Haha, nein, es wirklich nicht. Eigentlich, das ist das schlimmste Verrückte, die ich gesehen habe. Soll ich dich auf und mach das dummer Dumpf. Okay, okay. Just, gib mir einen Moment. Uh, ein bisschen hier? Ein paar Stiches da? Hahaha. Und voilà! Another happy customer! And I even had enough material to make an extra one! No, I wasn´t expecting to actually get one. I guess I´ll just have to carry it around. Forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smobob, but here we go. I´m not talking to you anymore. I´m not talking to you anymore. Das ist irgendwie putzig. Fidget Puppen, zwei Stück. Wirklich verblüffend. Ich will´s gar nicht versuchen. Moin, was geht? So. Einmal die Viecher in den Höhlen kaputt down. Das Ding kriege ich so nicht kaputt. Ähm, wo war die Kleine? Yeah. Okay, Smobob. Here´s a fidget doll for you. Better than the real thing. Oooh, she´s pretty. Here. You can have this. Thanks, Smobob. Hm. Bob gave it to me a little while ago. He found it near the surface, I think. Well, thank you. Enjoy your fidget. I love my doll. I love her sooo much. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Ich möchte da durch. Top Reeds Kiste. Okay. Huh. Da sind welche von den Stacheln vor denen ich gewarnt wurde. Hallo Händler. Ah, hello again my friend. I suspected you would return. Aber natürlich. Ich gehe immer wieder zurück. So, er verkauft Schlüssel für 3000. Ich habe noch zwei Schlüssel. Zwei Angriff hier verteilt. Okay. Der ist schon ziemlich gut. Das habe ich, habe ich, im Augenblick habe ich irgendwas anderes ausgerüstet anscheinend. Ja, natürlich. So. Huh. Oh, lecker mio. Oh. 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 Okay. Ich habe Angst. Da ist dann irgendwas. Okay. Hier geht es noch mal runter. Oh. Lecker mich doch. Oh! Wo muss ich mit dem Ding hin? Oh! Ernsthaft? Hier runter? Oder ist das nicht? Hm. Ja, von da oben kommt Wind runter. Da oben ist eine Freundeskiste. Ja! Autsch! Das war gar nicht gut. Das hat weh getan. Oh! Diese Blindjumps da runter. Da wird mir ganz Angst und Range bei. Da komm ich auch noch nicht drunter durch. Hm. Okay. Oh! Ich glaube es war keine gute Idee hier runter zu springen. Ich hab das Gefühl ich bin hier ganz falsch. Jump Run Passage sind nicht gut. Oh! 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 Okay. Da gibt es eine neue Kraft. Zeitschritt in der Hocke verfügbar. Ah! Hey! Sehr schön! Wir haben eine neue Fähigkeit erhalten. Was ist das denn? Wie viele Schlüsse brauche ich? Vier oder? Hm. Hm. Komm ich hier so um wieder hoch? Ich hoffe doch mal. Wir werden sehen. Okay. Okay wir schaffen das. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Eigentlich nicht aber egal. Ist die für oben irgendwo? Wo? Wih. Okay. Muss hin nach links rüber. Was haben wir da? Ah den Schlagstück haben wir gefunden. Okay. Alles klar. Autsch! Ähm. Okay. Das war schlecht. Das war sogar sehr schlecht um genau zu sein. Wih. Hilfe. Alles und jeder will mich umbringen hier. Das ist doch. Ne. Ne. So. Jetzt schaffen wir noch den Schlagstück zurück. Ich sterbe. Oh. 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 Händler. Ach. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Zu einer Seite. Okay. Okay. Wir leben. Alter Mann. Ich habe einen Schlagstück gefunden. Hast du hier? Ja. Hier. Dein Schlagstück. Oh. Oh. Mistick. He found her. Now I can get back at that good for nothing tralk that done busted up my leg. Whoa. Hang on Blop. You'd better not pick any fights in your uh condition. Boy. This is a matter of honor. In revenge. And hitting things with sticks. And hitting things with sticks. I'll beat up some tralks for you. Bring me their devilish little fingers. Four of them. No. No. Forty. No. 400. My broken leg demands justice. How about I gather four tralk fingers. Just for you. Sound good? Ah. Now that's my boy. My boy. Okay. Dann gehen wir mal tralks kaputt hauen. Aber. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin Leute. Wir sehen uns. Ciao.